Lohnt sich diese Immobilie in Dortmund? Wir schauen uns ein konkretes Objekt in Dortmund an, gehen durch die Zahlen und seid gespannt, was dabei rauskommt. Mein Name ist Steffen Schlutt und ich mache Vermögensanlage in Immobilien. So, wir sind schon direkt hier in ImmoScout und schauen uns hier diese Immobilie in Dortmund an. Ich habe schon mal was rausgesucht, das ist eine Eigentumswohnung hier und wir können mal kurz in die Bilder gehen und scrollen hier mal eben durch. Genau, das ist wahrscheinlich schon in den letzten Jahren mal irgendwie ein Stück weit renoviert worden. Das ist natürlich ein Altbau, wie man hier eben an dem ersten Bild schon gesehen hat. Gucken wir uns die Zahlen einmal an. Wir haben hier eine Wohnung mit 85 Quadratmetern Wohnfläche. Die soll 115.000 Euro kosten, wie hier steht. Provisionsfrei, das heißt also Maklergebühr fällt hier nicht an. Genau, man hat hier nochmal die Flächen, auch die Grundstücksfläche, das Grundstück, die Ausstattung, liegt an der ersten Etage. Das ganze Parkplatz gibt es anscheinend nicht. Hier nochmal die Zahlen mit dem Kaufpreis. Der Kaufpreis pro Quadratmeter beträgt hier 1.352 Euro. Miete ist 6.240 Euro kalt pro Jahr und das bedeutet dann, dass wir einen Faktor haben von 18,4. Der errechnet sich ganz einfach die 115.000 Kaufpreis. Geteilt durch die Miete von 6.240, das ergibt eben diesen Faktor 18,4. So, Provision 9 haben wir schon gesehen, also hier sind dann nochmal ein paar Finanzierungsbeschreibungen, hier nochmal ein paar Informationen zur Bausubstanz, also Baujahr 1910. Das wird dazu führen, dass wir einen Abschreibungssatz von 2,5% geltend machen können, weil es vor 1925 gebaut wurde. Genau, letzte Modernisierung 2,6, Zentralheizung Gas, so, haben wir die ganzen Informationen hier auch dann eben angegeben. Ja, das soll uns reichen. Wie gesagt, nochmal der Disclaimer, wir schauen uns wirklich nur die Zahlen an hier. Wir haben keine Besichtigung gemacht, das ist hier auch keine Empfehlung, sondern wir wollen einfach mal Sicherheit in der Rechnerei gewinnen und einfach mal verschiedene Standorte Deutschlands durchschauen, wie sie halt ungefähr gegeben sind. So, und dann wechseln wir auch schon in die Rechnung und gehen hier einmal in den Rechner. Ich setze mal voraus ins Steuersatz von 42%, das steht hier oben dann eben drin. Das könnt ihr natürlich auf eure Bedürfnisse anpassen. Wir haben hier einen Preis gehabt von 115.000 Euro. Den Grundstückspreis wissen wir jetzt nicht. Ich nehme immer pauschal 15% an von dem Preis. Das würde in diesem Fall ungefähr 15.000 Euro betragen. Das lassen wir mal so stehen. Die Erwerbsnebenkosten, die müssen wir schauen. Makler hatten wir jetzt hier nicht dabei. Die Grunderwerbsteuer in Nordrhein-Westfalen, die aktuelle müssen wir hier zugrunde legen. Und eben Notar- und Gerichtskosten. Und dann landen wir irgendwo wahrscheinlich bei, ich sage mal, ungefähr 8% in diesem Fall. Kaltmiete hatten wir 6.240. Geben wir hier auch ein. Verwaltung, Instandhaltung, Mietausfallwagnis. Da rechne ich eigentlich immer mit diesen Pauschalen. 29 Euro für den Verwalter, 29 Euro für eine Wohnung im Monat für die Instandhaltungsrücklage und 5 Euro im Mietausfallwagnis. Und dann kommen wir im Jahr zusammen auf diese 756 Euro. Eine Wertsteigerung, das ist dann auch wieder jedem überlassen. Ich rechne standardmäßig mit 2% pro Jahr. Das kann man aber auch natürlich individuell anpassen. Zur Finanzierung. Wir finanzieren den Kaufpreis und haben aktuell vielleicht einen Zinssatz von 3,8 für 10 Jahre. Das ist je nachdem, wie ihr das oder wann ihr das Video schaut, natürlich zu individualisieren. So, da haben wir hier die Daten eingegeben. Ich gehe mal in den Verlauf. Da sehen wir das Ganze noch etwas genauer. Hier nochmal so ein paar Annahmen. Wie gesagt, Wertsteuerung habe ich gerade schon gesagt. Ich rechne auch immer mit 2% Mietsteuerung, 2% Kostensteuerung. In diesem Fall müssen wir mit 2,5% Abschreibung rechnen, weil das Baujahr 1910 ist. Und genau, Tilgung ist 1,5%. Steuersatz hatte ich gerade schon gesagt. So, dann gucken wir rein. Wir müssen einmal hier schauen bei Altbau. Hier unten ist noch eine weitere Rechnung. Das wäre Neubau mit der neuen degressiven Abschreibung. Aber wir sind hier im Altbau. Jetzt hier nicht verwirren lassen. Wir rechnen hier mit 2,5% Abschreibung. Die Eingaben habe ich hier oben gerade getätigt. Und das führt dazu, dass wir einen Mietertrag haben von 6.240 Euro. Die Kosten, also Verwaltung und so weiter, 756 pro Jahr. Fremdkapitalzinsen haben wir in diesem Fall von 4.370. Hier kommt die Abschreibung dann dazu. Und das bedeutet, vor dem Finanzamt machen wir mit dieser Immobilie einen Verlust von 1.761 Euro. Was bei einem Steuersatz von 42% zur Folge hat, dass wir eine Erstattung bekommen von 740 Euro im ersten Jahr. Und wie das dann in den Folgejahren ist, das seht ihr hier an dem entsprechenden Verlauf. Gehen wir mal einmal weiter runter in die Cashflow-Rechnung. Auch hier wieder den Altbau bitte betrachten. Da haben wir den Mietertrag. Da haben wir die Kosten, die Zinsen. Das kennen wir alles von oben. Hier kommt eben dazu, dass wir noch einen weiteren Liquiditätsabfluss haben. Das ist die Tilgung. 1.725 Euro. Das sind unsere 1,5% pro Jahr auf den Monat. Ne Quatsch, aufs Jahr gerechnet. Cashflow vor Steuern. Hier ist eben einmal dann die Rechnung aufgemacht. Wenn wir den Mietertrag minus die Kostenposition rechnen, kommen wir erstmal auf minus 611 Euro. Jetzt müssen wir allerdings noch die Steuererstattung dazu rechnen, die uns ja nach der Steuererklärung dann zugeht. Das wären in diesem konkreten Fall 740 Euro und das bedeutet, dass wir nach Steuern einen positiven Cashflow für diese Immobilie haben von 129 Euro. Wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, das seht ihr hier auch. Ich rechne immer mit 2% Mietsteigerung. Das wird man dann hier oben sehen, dass die Miete etwas mehr wird. Natürlich werden die Kosten auch etwas mehr. Zinsen gehen runter, weil wir laufen tilgen. Tilgen gehen rauf. Wir haben ja ein Annotitätendarlehen. Und was das eben mit eurem Cashflow vor Steuern, nach Steuern macht, seht ihr hier jeweils in dem jeweiligen Betrachtungsjahr. So, jetzt haben wir natürlich noch nicht die Wertsteigerung, den Wertzuwachs dazu gerechnet. Das kommt hier unten einmal abgebildet hier, dass wir sagen, Mensch, 2% Wertsteigerung bedeutet jedes Jahr eben um diese 2300 Euro. Wird natürlich auch immer ein bisschen mehr. Und die Immobilie wächst an Wert. Und das zusammengerechnet, also oben den Cashflow, also die Liquiditätsrechnung und diesen Wertzuwachs, den wollen wir uns jetzt einmal gesammelt anschauen, hier in dem Abschnitt Vermögenszuwachs. Und das sieht wie folgt aus. Wir haben einmal den Verkehrswert im ersten Jahr. Dann nehmen wir immer den Kaufpreis an. Dann haben wir ja die Restschuld. Also hier ist schon was getilgt, natürlich nach 12 Monaten. Wir haben Eigenkapital eingesetzt von 9200 Euro. Das sind die Grunderwerbsteuer und Notar- und Gerichtskosten. Wir haben einen Cashflow verdient hier von 129 Euro. Und das würde bedeuten, dass wir eine Vermögensveränderung haben, in diesem Fall von minus 7346 Euro. Das sind eben die Positionen Wertsteigerung, Minus Restschuld, Minus Eigenkapitaleinsatz plus hier in dem Fall Cashflow positiv. Bedeutet eben im ersten Jahr dieser Wert. Im zweiten Jahr reduziert es sich natürlich, weil wir weitere Wertzuwächse haben, Tilgung haben und das bedeutet dann schon nur noch minus 3091. Und im zweiten Jahr verkehrt es sich in den positiven Bereich und da wird es natürlich dann weiter Zuwächse geben, weil wir hier laufend Wertsteigerung haben, Tilgung haben, Cashflow haben. Hier geht es also dann weiter rauf und das führt dazu, dass insgesamt dieses Objekt, betrachtet durch diese Zahlen, durch dieses kurze Rechenbeispiel, hier relativ schnell positive Vermögenszuwächse bekommen. Sodass wir hier im fünften Jahr schon bei 15.000 Euro stehen. Das heißt, unseren Eigenkapitaleinsatz haben wir hier schon wieder raus, mehr als raus. Und nach zehn Jahren stehen wir hier sogar schon bei 42.000 Euro gebildetem Vermögen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert bitte meinen Kanal. Und wenn ihr selber Bock habt auf Immobilien, Vermögensanlage, dann geht auf meine Seite steffen-schlutt.de und dann sprechen wir miteinander und schauen, wie wir eure Vermögensanlage mit Immobilien auf die Zielgerade kriegen. Bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video.